Danke. So, das ist dein Untergang, Philo. So, hallo zusammen und willkommen zurück... ...zu... ...Hexit. Bitte, Philo! Guck mal, man kann mit dem Schwert über zwei Blöcke rufen, oder? Uiho! Ich, ne? Wirklich, Philo. Was, wenn man das nach unten macht? Aha. Ich glaube, wir machen schnell wieder. Na, cool. Wirken hier mal wieder aus. Wirken hier der Part auf meinem Kanal. Er und der hier auf meinem... Lass mal Penn gehen. Okay. Aber ich bin dunkel, oder? Ja, es ist dunkel. Ich mag sie schon. Ach, f*** dich. Oh, der ist auch noch ein Kiteflut. Mach ich nicht. Du lebst den Schmuck, Alter. Hat so gut wie gar nichts gebracht. Ich bin weg. Ja. Das ist geil. Ey, das hat geklappt. Ja, geil. Hast du schon wieder Stop-Uhr gestellt? Hast du nochmal Stop-Uhr gestellt? Ähm, ja. Ich auch. Ähm, komm mal mit. Bitte. Ich bin hinter dir. Mein Freund. So. Ich feier dieses Ding so. Danke für dich. Danke für dich. Boah. Vollkommen so weit. Wenn man springt, kommt man noch weiter. Jawel. So. Tatsächlich. Und ich bin so hoch geflogen, dass ich ein halbes Herz Schaden gekriegt habe. Echt? Fallschaden, ja. Hi. Hallo Pirate. Super. Ja, fick dich mal. Jawoll. Gib dir mir erstmal ein Diamond-Schild. Egal. Ach, hier. Guck mal, da kommt man ja so gar nicht hoch, ne? Ach, schade. Warte, erstmal. Ja, ich weiß. Ich hasse dich. Ich kann nämlich nicht geraten. Nein, wir haben Goldschweig am Goldschweig. Cool sind die, cool. Hier ist sogar ein. Einer mit Eisen. Cool. Doch. Ja, ich auch. Egal. Schwester ist echt los. Hallo. Schwester ist richtig. Ja, oder? Richtig Deluxe. Ist das drin? Ja, Leute. Boah, der macht den. Oh! Oh! Ich glaube, ich geh gleich drauf. Gerade? Ist da unten noch, sind da unten noch welche drinne? Da ist einer mit Eisenrüstung und Eisenschwert. Ja, hier oben auch. Ich bin grad zu besiegen. Ja, ich hab ne vom Schiff gekickt. Ich bin grad zu besiegen. Ojo! Ich glaube, ich hab ne Schwerte mit Schärfe 2. Ne, eines hatte, ne, mir ist es der Gliederfüße. Ja, cool. Hast du mehr? Auf der anderen Seite war, glaube ich, auch noch. Ne. Da kommt noch mal ganz nach oben. Da ist nichts mehr, denke ich. Ich denke, nicht. Hier ist noch ein Eisenblock. Hast du das ganze Essen mitgenommen? Mhm. Hast du einfach mal alles mitgenommen, ey? Die 10 Fackeln ist natürlich drinne. Das Wichtigste... Hab ich. Was, da oben mal noch ne Kiste? Jo, da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr. Was, die Tribal Boots? Junge! Das sind die von deiner Tribal Rüstung. Ja, geil. Dann gib mir die Boots, wenn du sie nicht brauchst. Ich bin dran. Du hast gesagt, du brauchst... Hä, wo war die Kiste? Das war die Kiste, die unten waren. Da waren die Tribal Boots drinne. Ja. Ja, geil. Dann gib mir ein Rüstungsteil wenigstens. Kann ich irgendwie auf die Uhr gucken? Machst du doch gerade. Ne, ich seh nicht auf die Uhr. Boah. Ich seh nicht auf die Uhr gleich. Deine Frau. Ja, geil, ge... Warte, 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 warte. Geh nochmal zurück. Was? Ja, geil. Warte, 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 geh nochmal zurück. Cool. Und ich hab noch so einen... ...Stack, Steff... ...der ist niederlich zum Stab. Seifig gemacht. Oh, gib mir den bitte! Bitte! Okay, ist meiner. Gib ihn von meiner. Hehehehe. Ist ja nicht so, als würde ich damit was cooles machen können, aber egal. Kann er denn. Tja, wirst du nie erfahren. Okay, gut. Kann ich recht ab. Hm. Wenn du ihn richtig einsetzt, kann er Feuer schießen. Ja, geil. Kannst du nicht. Weiß. So. Was mag du, Mongo? Wenn die beiden Stattern nicht wieder nachvollziehen. Sonst, dass ich nicht mal eigenes Wort unterhoben kann. Das ist nicht geil. Philo. Gib mir mal bitte den Steph. Okay. Wasser. Philo. Ja. Haben wir denn da zugeworfen? Ah, nicht wirklich. Danke. So, das ist dein Untergang, Philo. Oh! Jetzt gehst du den Steph wieder. Jetzt gehst du den Steph wieder. Jetzt gehst du Steph wieder haben. Yay! Oh, Junge! Oh, Junge! Oh! Zinnt den da an, Mann! Danke! Oh! Oh, dein eigenes Drop. Melon. Melon, du kannst mir Melon vormachen. Ja, ich weiß. Ich hab auch schon 4 Melonen. Geil. Okay. Ich mach dir richtig schwarz im hellen Trick. Ja, ist so. Cool. Wenn du's schaffst... Wenn du's schaffst... äh, durch so'n Battle Tower zu kommen, hast du locker schon mal... 18 Diamanten oder so. Ach, jetzt. Wow, falsch haben wir so weiter. Apropos Diamanten. Richtig, echt. Alles schön. Hast du unser Homebook passiert? Nee, aber ich weiß, wie's so hingeht. Ahhhhhhhh. Ich bin jetzt da. Nee. Das verlaufen noch weiter. Na cool. Cool. Hier gibt mein Alpen für die... Wichter. Also... F... F... Philooo. Oh man, ich rein, keine Schweine verbrennen, weil ich vielleicht schon. Ja, tatsächlich. Guck mal. Philo, wo bist du? Nee, bei den Schweinen. Ja, bei den Schweinen. Oh, das war ja... Einmal könnte ich sagen. Philo! Ja? Du musst jetzt ein Schatz sein und mir zwei Eisenbarren geben. Okay. Kann man nur einen? Du hast nur einen Eisenbarren? Du lügst mich an. Ich glaube nicht. Gib mir zwei Eisenbarren und ich zeig dir den Himmel. Oh, ich hab nur einen. Geh weg rein. Fertig, ja. Ja, danke. Ich hab einen anderen Engel, die Fratsch auch. Scheiße. Naja. Es fehlt ein Eisenbarren. Sonst könnte ich jetzt mindestens zwei Diamanten holen. Weil ich eben mindestens zwei gesehen habe. Ja, das ist die Frage. Ja. Und einen Diamanten werde ich dazu nutzen, um mir einen weiteren Staff zu machen, damit jeder einen hat. Ach ne, ich hab nur einen gesehen. Aber vielleicht ist ja da noch einer hinter. Ja, tatsächlich. Es sind dabei tatsächlich nur die beiden... Ne, doch nicht. Zu früh gefreut. Es sind vier Diamanten. Vier? Tatsächlich, ja. Hallo, du Arschfresse! Du darfst jetzt sterben, mein Freund. Ist so gut gemacht. So, hier ist Eisen. Ich hol mir dieses Eisen. Und dann komm ich wieder hoch, brate das Eisen. Und docke dich zu Tode. Boah, geil. Ich hab gerade noch auf dem Magikran. Und dann will ich gleich Ramin aufnehmen. Na gut. Ja, in... ... sechs Minuten. Circa. Oh, Diamanten. Falls ihr euch fragt, warum... ...an der Oberfläche Diamanten sind. Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich... Irgend... Nein, ich weiß wirklich nicht. Das ist... Scheint zu irgendeiner Mod zu gehören, logischerweise. Vielleicht... ...Better World Generation Pipi-Mann oder so. Keine Ahnung. Na cool. F3 und F3, ne? Ja, ich weiß. Siehst du die Durability von den Werkzeugen und Waffen? Oh, ich kann noch ein paar Mal auf die Zollung. Ich glaube, das ist super random. Na komm her, ich bin ehrlich hoch. Nein. Das glaube ich nicht. Ich kann den Boden nicht anbrechen. Oh nein. Wie soll ich dir was zeigen? Ja. Sollte ich noch auch mal gehabt. Damals. Vielleicht noch. Warte, wenn du dein Schwert nimmst, wenn du dich mit uns lockst, dann nimmst du damit automatisch ein Schild rein. Tatsächlich. Ja. So, ich weiß auch was. Cool bist du, cool. Außer bei dem hier. Hui! Hui! Okay. Ich hab's gesehen. Ich hab's wirklich gesehen. Sack dir halt die Schnauze. Wow. So, ich hol jetzt mal schnell, ähm, die vier Diamanten und dann komm ich mal zurück und dann wird gepennt. Ja geil. Irgendwie beenden wir fast jede Folge mit Pennen. Ist zuerst die dritte Folge aber egal. Ja, aber jede Folge bis jetzt. Fast jede. Warum? Der Folge hat mich... Oh, jo! Erschreck mich! Doch, ich... Nee, ich meinte diesen Bastard-Zombie. Nee, ich meinte diesen Bastard-Zombie. Du wolltest lang gelaufen. Naja, wir müssen dann später hin. Okay, ich komme zurück. Mit erfolgreicher Ausbeute. Ui! Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr laufen. Wir haben richtig viel Essen. Achso, ich kann doch hier fliegen. Das sieht voll geil aus. Ich krieg Fallschaden. Wenn ich loslasse und nebenbei springen, krieg ich Fallschaden. So hoch fliege ich. So, wie ging der scheiß Def nochmal? Ja, mach ich ja. Oh, ich brauche ne Magic Essence. Ich brauche ne Battle Tower. Erstmal pennen gehen. Danke. Du noch! Na... Na... Mach mal. Bin dabei. Geil. Wir lieben nochmal, du hättest du bereit und selbst ein paar Leute. Ja. Das wird wahrscheinlich sterben, aber Judo. Ja, ja. Man liebt nur einmal. Das wird kein Grund sein. Das wird eigentlich keine Starbuck. Oh, ich habe nur noch 27 Benutzungen mit meinem Longshort. Du hast gesagt, wir haben übelst viel... Wir haben ja übelst viel Essen. Ja. Das habe ich gesagt. Das ist gar nicht. Ich glaube aber nicht. Oh, halt. Bleck. Bleck, 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 bleck. Ja. Ja. Sicherlich. Weil es sowas auch gibt. Gibt es. Ja. Ja. Also... Also ich brauche für diese Magic Essence brauche ich... Also das habe ich, das habe ich noch nicht. Das habe ich auch noch nicht. Das habe ich das. Also ich brauche eigentlich jeder Sense. Okay. Die habe ich. Die habe ich. Die habe ich. Ah, du bist cool. Ja, du bist cool. Und die habe ich. Die habe ich. Boah, das Gelöte fällt die ganze Monster hier auf. Okay, welche Essenz fehlt mir? Also mir fehlt die Poison Essenz und die Wind Essenz. Und die Darks and Electric Essence, verdammte Scheiße. Oh, Hexical Essence. Wo bist du? Ich bin gerade in den Turm, das ist gerade runter. Ich habe das einfach für alle Ärger. Ah, ich höre Feuer. Ah, ich sehe, ich sehe dich. Ich bin mal hinter dir. Ich höre bisschen Creeper. So eine Sichtverhalten sollte sich ganz viel nach oben aus dem Dach sein. Ah, das sind Seelen. Nichts wildes. Ja, aber gut. Hält ein bisschen Creeper. Oh, und ich höre Pistons. Uh, ich mag Pistons nicht. Nee, ich auch nicht. In dieser Mod nicht. In den Wilden. Was? Ich bin nach unten in den Wilden. Komm nach hinten. Das ist nett. Ich kann es nicht weg vergessen. Das ist ein Blatt. Da machen wir es, das sind drin. Du wirst die Thema nicht runtergehen. In der Vergangenheit. Ich weiß nicht mehr. Quasi nicht mehr. Tiago! Du wirst... Du wirst jetzt nicht mehr als Gehäuser. Ich bin nicht mehr als Gehäuser. Ich bin nicht mehr als Gehäuser. Es will nicht mehr als Gehäuser zu geben. Du wirst erotten. ich habe es uns selbst gemacht die wollen wir hier nächste Folge weitermachen oder sind Diamanten auch diesen Druckplatten aber die machen nichts mehr die gute Lapport okay okay ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal